ja das schneiden wir dann raus hier wird nicht geschnitten die unbeschnitten das ist gesetz sagt der walter jetzt nehmt ihr mir noch den boden oder den füßen weg ja hatte ich vor das ist eine sau da erzähl kannst du dir immer hier was sollte das kannst du den weg machen ich habe keine spitzhacke mehr ja ich bin gerade hier oben doch jetzt kann ich doch hier hast du keine mehr ich muss noch was essen machen 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 offen so was zu tun haben schaunes stück ja macht das doch das sieht gut aus richtig dann lass mal weiter graben brauchen hast du noch holz warte hast du fackeln für mich wollte ich gerade machen weißt du was spaßes halber mache ich mal ein paar treppen stufen da müssen wir da nicht immer hoch springen meine sticks mehr kriegst du nicht das reicht erst mal leb dich zufrieden damit sechs eisen haben wir schon mal essen packe ich mit in die truhe sind noch welche ist noch eisen am brutzeln da oder ja zwei stück sind noch ich komme mit runter wollen wir uns hier heute einrichten oder warten wir ich würde sagen erst mal können wir hier bleiben und ein bisschen was ich einrichten würde ich jetzt nicht ich meine von wegen fahren bauen und sowas ne das würde ich noch nicht machen wir suchen uns ein paar schönes das ist erstmal nur für den start dritt und mit dem loch um bohr macht ja auch keinen schlaß nein nein dann wohnt ihr beiden mal im loch um ok sowas willst du machen mal sehen was essen monsterjäger fabi wollen wir vielleicht ein bisschen stripmining hier machen ja aber dann brauche ich gleich eine neue hacke ja stimmt vielleicht hast du auch eine eisenspitzhacke kann ich mir jetzt eben holen ich kann dir eine machen mach mal zwei genau und dann mache ich uns nochmal oh ich brauche was zu essen habt ihr was ja ja warte ja ok leer ist auch leer und da nein sehr gut ja tschucke frotte nice ah ja quatsch haben wir noch was was mir nur zwei wieder gibt ja ich hab äpfel ah ok ich wollte jetzt kein ding dafür verbrauchen ne aber die äpfel würde ich mir gerne aufheben carsten ja später werden wir gold finden geht raus monsternatzen stimmt dafür ist es ganz nützlich ich darf was essen äh carsten wo bist du jo bin hinter dir eine steinspitzhacke zwei steinspitzhacken drei steinspitzhacken nice hast du mir deine gebrauchte gegeben das weiß ich nicht kann durchaus sagen haha die ist was kaputt ja ist doch in ordn jo jetzt halt gar nichts mein freund das stimmt lernen das zu schätzen sooo jo das reicht doch erstmal bist du schon unten ah welche höhe sind wir denn hier ich weiß nicht musst du mal gucken ah 27 also noch runter ah vision ok los was noch sneller hackern hast du noch äh zwölf stück mal ne frage beantworten oh hier ist ne hülle äh wollen wir da rein wir können ja mal gucken dann brauche ich uns mal runter das ist ne hülle wie siehst du das ich seh da nur ne wand ja die hab ich da grad hingesetzt hier ist ne hülle ah stimmt alter ich habe nicht fackelt aus meinem Gesicht hier hallo hallo hier ist gold ey gold ey gold äh ey damit können wir mein vergoldete äpfel machen und im hardcore ne 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 ok ich dachte ich hätte etwas verpasst Wieso? Nur weil wir Golden Äpfel machen? Ja. Wir sind grad eh Untertrag. Ja, ich weiß. Schön, dass du dich selbst warnst. Ein schönes Frühwarnsystem. Jaha. Oh. Führt ins Nichts der Gang. Minenarbeiter. Ins Nichts? Naja, was ist jetzt nichts? Ins Wort würde ich nichts. Das ist in Ordnung. Lass dich ein. Noch mehr. Oh Cola. Oh Cola. Ich bin ein Minenarbeiter. Carsten, klaut mir die Erfahrung weg. Ja, so gehört sich's. Er klaut mir die Erfahrung weg. Hier ist tatsächlich nichts mehr. Wo bist du? Hier. Hier bin ich. Ach da. Geh noch mal einen Ticken weiter hier. Jo, kannst du mal gucken, ob's noch wertvolle Rohstoffe in dieser Höhle gibt. Okay, hier ist noch ein bisschen weitläufig dazu. Viel Kohle. Und Ende. Okay. Das ist doch nicht so weitläufig wie gedacht. Nehmen wir die Kohle mit, oder? Ja klar. Wieso nicht? Oh Gott. Hier ist Eisen. Huch. Das wollte ich nicht. Ja. Profi im daneben schlagen. Hammer geil. Ja. Ach Gott. Wir haben Probleme. Was ist? Echt schlecht. Ja. Aber tatsächlich. Wir haben tatsächlich... Jo mit dem Enderman zugang. Nice. Der Enderman. Schlacht ihn. Ja genau, allein ohne Rüstung. Hm. Schauen wir die Eier. Nee. Lieber nicht. Mal krass und später. Soll ich ihn echt angreifen? Aber dann war ich das gleich mit mir. Haha. Okay, lassen wir's lieber. Machen wir später. Später, Peter. Hey, ich lass den jetzt gleich, wenn ich ihn finde. Karsten, schau mal nicht mal nach Erfahrung. Du stehst doch davor. Boah. Okay. Dann lass noch mal weiter runter gehen. Wollen wir die Fackeln wieder mitnehmen? Ne, wir könnt's ja ausgeleuchtet lassen. Dann kommt uns wenigstens keinem Viech entgegen. Ah, okay. Dann haben wir wenigstens auch eine mit. Wollen hier der auskern? Den nehme ich auch noch mit. Eben bisschen Holzwerken. Ja, mach das. Ah, da. Hier. Warte, wo bist du auch da? Ja. Wollen wir jetzt hier weiter? Mach das. Ja, super. Wir haben uns natürlich hier ausgesucht, in der keine Bäume sind. Ist ein bisschen bitter, ne? Ja. Oh, nur ein bisschen. Wird schon noch. Schönheit. Gesamt bist du schon. Vielen Dank. Auf welcher Ebene sind wir hier eigentlich? Weißt du's? Du hörst dich grad ziemlich leise an. Ja, er ist ziemlich leise. 21. 21, oha. Wir müssen immer noch runter. Du bist immer noch ziemlich leise. Wieso bin ich leise? Das gibt's doch nicht. Jetzt, jetzt müssen wir mal. Jetzt besser. Ja. Das kam durch Niese. War das Mikrofon ausm Arsch. So hört man hier besser. Ja. 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 Ja, ja. Es ist das. Vielen Dank.